hallo also weiter geht's mit jank mini nebenquest und ich weiß es mittlerweile gar nicht mehr wie oft ich diesen mann gefunden habe ich glaube vier mal naja auf jeden fall befindet er sich an dieser stelle bei mir ich hier und er steht genau hier das erste mal stand ich stand hier meine ich hier ich werde mich alle alle nebenkürste mit schenk zu tun haben in der beschreibung verlinken vom video und ja jetzt legen wir los okay wir müssen wir mussten ihm eigentlich nur ein quatsch interessant interessant also ist ich habe nicht meinen namen ein bisschen komisch aber okay ja das wäre es ja mit der quest gewesen es ging um die quest und er ist jetzt einfach nur verschwunden ich denke das ist die letzte gewesen sein müsste aber sicher bin ich bin ich hier noch mal irgendwo wiedersehen tschau tschau bis zum nächsten mal